Wir wollen der Gemeinde und der Region auch etwas zurückgeben. Deshalb investieren wir hier nicht nur 800 Millionen Euro, sondern auch 126 Jahre Auto-Know-how. Wir wollen wir hier nicht nur 1,5 Jahre Auto-Know-how. Wir wollen wir hier nicht nur uns, sondern auch in Europa. Wir sehen uns, dass viele Menschen in diesem Jahr arbeiten, die hier und hier sind, in diesem Jahr, in diesem Jahr zu kommen, und die Niemisch-Gazdasägeinigung der Niemisch-Gazdasägeinigung der Erwärmung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017